Ihr Süßen, es ist schon ganz laut hier. Herzlich Willkommen zum CSD 2016-Vlog. Hier ist Lara Likör. Ich stehe hier schon mit meinem Bart. Bin jetzt ungefähr eine Viertelstunde hier und dann geht's zur Skiparty. Ich freue mich wahnsinnig. Ihr seid das ganze Wochenende mit am Start. Wieder auf der Ski, morgen dann hier nochmal als DJ und dann morgen ab auf der Galactica. Ich nehme euch überall mit hin. Es wird grandios. Bis dahin, bis später. Die süßen Libertike Frau ist jetzt im Kiezclub angekommen. Auf dem Altmarkt war ich wirklich nur sehr kurz. Guck mal hier, DJ Gussfehler. Den Rest zeig mal lieber erst später. Das ist noch nicht komplett vollendet. Zeig euch, zeig euch die Tatschne Wahrheit. Hier, schrecklich, schrecklich. Wir kippen uns jetzt noch zwei, drei Flaschen, sprudeln das Mineralwasser, damit wir nachher richtig Blähungen haben und richtig geil rülpsen können. Und dann geht's auch schon in den Ski-Livestream. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Also schaut noch ein bisschen den Vlog. Wir sehen uns dann später hier bei der Skiparty. Und alle, die da sind, werde ich versuchen irgendwie ein bisschen mitzufilmen. Dann entdeckt ihr euch selber und könnt dann alle eure Freunde markieren. Hallo. Wow. Bis später. So, ihr Süßen, mein erstes DJ-Set habe ich durch. Das Warm-Up, wie angekündigt. Das war wahnsinnig amüsant. Jetzt ist gerade Alex Pink an den Reglern. Und ich bin in weniger als einer halben Stunde schon wieder dran. Das ist unentrode Skiparty. Ich bin schon wieder begeistert von den wahnsinnig hübschen, atraktiven, jungfräulichen Azubi-Studenten und allen anderen. Sehr geil. Also Mädels, das läuft sowas voll und der ganze Club ist voll. Unglaublich. Ihr Süßen, hier ist wieder eure Mr. Lady. Wie auch immer. Lady, Mr. was auch immer. Ich habe gerade mein zweites Set gespielt. Es war wahnsinnig exzessiv. Der Club ist voll. Ich habe ja zwei, drei Videos aufgenommen. So geil. Und als nächstes bin ich dann nochmal kurz dran, damit die Alex wieder aufbauen kann. Und dann geht es weiter mit toller Popmusik. Die ganze Nacht. Jetzt ist erstmal der Gussi hier an den Reglern. Also bis später. Ihr süßen Alexandra Rosa, a.k.a. Alex Pink. Wir stehen jetzt vor dem Kids Club. Hier, Kids Club. Wir warten auf den Gussi. Das war wahnsinnig schön heute bei der Ski. Ihr habt es gesehen. Es ist wahnsinnig eskaliert. Es ist voll aus den Nähten geplatzt, oder meine Liebe? Es war mega schön. Es war richtig schön. In ungefähr fünf Stunden stehe ich auf dem Altmarkt und lege ein bisschen auf für euch. Da seid ihr wieder am Start. Ich würde jetzt erstmal sagen, gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin froh, wenn ich den Bart los bin, weil hier fehlt schon an dieser Hitler-Stelle. Da fehlt jetzt voll das Make-up. Aber mein Bart ist pink. Ihr Bart ist immer noch pink. Dafür sieht es trotzdem aus wie so eine Gelbsucht. Ich habe eine Leberkraft. Liebe Alex Pink, es war wahnsinnig schön heute, oder? Mit dir war es wahnsinnig schön. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder mit Lara Likör zusammenarbeite. Es war toll, mal wieder bei der Ski-Party zu sein. Also ihr Süßen, morgen 10 Uhr auf dem Altmarkt. Bye! Ich werde sowas von verkatert sein. Also bis dahin, eure Lara Likör. Bye! Ihr Süßen, guckt mal. Ich stehe jetzt hier schon auf der großen CSD-Bühne und warte nur noch darauf, dass ich ein bisschen verkabelt werde. Und dann geht es hier auch schon los mit Lara Likör auf dem Altmarkt. So, ihr Süßen, ich bin jetzt hier am Altmarkt mit drei wunderhübschen, wunderhübschen jungen Damen aus Leipzig. Ich bin fertig mit auflegen und jetzt beginnt hier die Demonstration. Wir laufen jetzt mal ein bisschen mit. Ich laufe bis zum ersten Stopp mit, dann springe ich auf den Führungstruck. Guter Plan. Guck mal, ihr Süßen, ich trinke jetzt mit dem Thor-Man Hugo. Warte, warte. Und das ist Alkohol. Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 So ihr Süßen, wir haben die Demo jetzt überstanden. Jetzt sitze ich ein bisschen backstage im Germany's Next Topmodel Families and Friends Backstage. Danach geht es dann irgendwann zur Galactica. Ich weiß noch nicht wie, aber ich kriege das schon hin. Ich kriege die Füße wieder irgendwie in Betriebstemperatur. Das wird super. Bis später. So ihr Süßen, nach ungefähr 2 Stunden Schlaf, eher 1,5, pinsel ich mich jetzt an für die Galactica. Schminkversuch Nummer 3 dieses Wochenende. Ich sehe jetzt schon gruselig aus, gleich noch gruseliger. Bis später. Ihr Süßen, wir haben es jetzt kurz vor halb 10 und sind auf dem Weg ins Kraftwerk. Schon kurz davor, wir haben es nicht mehr weit. Und ich bin mal gespannt, was der Abend heute noch so bringt auf der Galactica. Bis nachher. So ihr Süßen, ich laufe jetzt vor zu meinem Arbeitsplatz. Ich begrüße wieder die VIPs und führ sie zum Platz. Ich freue mich jetzt schon, ganz, ganz viel zu laufen heute. Yes, in wenigen Momenten startet die Galactica im Kampfwerk Mitte 2016. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.